Zwei Räder Zwei Räder Fahrrad fahren, für mich das Ideale Der Wind weht um die Ohren Manchmal läuft im Leben alles glatt Vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat Dann fliegen die Gedanken Und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich, guten Tag, weil ich immer alles richtig mach. Solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Fahrradfahren, nichts ist so schön wie Fahrradfahren. Aufs Auto kann ich pfeifen. Ich brauche nur zwei Reifen. Und wenn es dann mal regnet, setz ich ne Mütze auf. Und wenn es nochmal regnet, nehm ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich lauf. Fahrradfahren, 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 Fahrradfahren. Fahrradfahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahr. Das ist das Optimale und lüftet die Sandale. Das ist das, das wir jetzt machen. Das ist das, was wir jetzt machen. Und dann ist das, was wir jetzt mit dem D下. Untertitelung des ZDF, 2020